Hallo Leute, hallo Leute. Ihr fragt euch, warum sind wir nicht in der Küche? Das ist ganz einfach, Leute. Es wird nichts mehr gekocht jetzt. Also nicht für immer. Die nächsten drei Wochen, gell? Dann haben wir nichts. Ich muss mich mal ein bisschen bräunen. Ja, wir müssen ein bisschen braun werden. Wir gehen jetzt hier in die Sonne, machen den Mund auf und warten, bis uns ein Vogel reinfliegt. Dann grillen wir dann das nächste Mal. Nein, ich habe jetzt, ihr wisst ja, ich arbeite in einer Wärmepumpenfabrik. Da habe ich jetzt Urlaub drei Wochen und im Urlaub ist so und auch jetzt im Sommer, da essen wir eigentlich fast gar nichts, oder? Ja, sehr wenig. Mehr Obst und so. Mehr Obst und meistens auf Nacht gibt es bei uns fast immer nur ein bisschen so Wurstsalat oder ein paar Tomaten oder Salat. Das kennt ihr alles schon. Da brauchen wir auch nicht kochen. Und dann sind wir mal hier oder hier und da kommen wir selten dazu. Drum gibt es jetzt mal die Kochlust-Sommerpause, oder? Ja. Drei Wochen und in drei Wochen geht es dann wieder weiter. Dabei könnt ihr ja wieder ein paar Vorschläge reinschreiben in den drei Wochen. Dann machen wir dann wieder weiter in drei Wochen. Und falls ihr uns inzwischen doch mal sehen wollt, schaut mal rein auf unseren Kochlust-Freizeitkanal. Stücke ich euch wieder einen Link unten rein. Da werden wir in den drei Wochen sicher ein oder das andere Video reinstellen. Und gut, Glück auf. Vielleicht habt ihr auch Urlaub. Wünsche euch auch einen schönen Urlaub, Leute. Und ihr kennt seinen Urlaub, ihr seid dann eher weniger. Ja. Okay. Dafür küsst man sich mehr, gell? Okay. Tschüss, Leute. Tschüss. Tschüss. Hi. Tschüss.